In dieser Welt geschehen Dinge, die wir nicht verhindern können. Es ist besser, sich dem Problem zu stellen, als davor davon zu rennen. Oder die Augen zu verschließen und sagen, alles ist okay. Bin ich dagegen, deswegen hier ein klares Plädoyer. Für das sicher von links und rechts einen auf die Fresse kriegt. Für eine menschenfreundlichere Einbahnhofspolitik. Was mich an unserer Praxis im Moment am meisten stört. Eine Sache finde ich so skandalös und unerhört. Wir lassen viel mehr Männer als Frauen bei uns rein. Das geht schief Leute, ich sag es euch, es kann einfach nicht sein. Ich als deutscher Mann fühle mich dadurch diskriminiert. Meine Chancen bei den Damen werden dramatisch reduziert. Alles knackige junge Kerle, unter 30 ist echt nicht fair. Geschlechtsgerecht ist das ich schon lang nicht mehr. Deswegen, was jetzt für unser Land das allerbeste wär. Wär ne halbe Million Latinas eingeflogen von der Bundeswehr. Für jeden Südamarokaner, Kosovo-Albaner, eine Beauty-Queen und der Copacabana. Von der würd ich mich wirklich gerne mal antanzen lassen. Eieiei! Und unsittlich anfassen. Es ist unsere Pflicht, humanitär zu reagieren. Menschen, die in Not sind, bei uns zu integrieren. Aus Kolumbien, Ecuador, Chile, Peru, El Salvador. Ich glaub an Liebe und Toleranz. Ohne Toleranz gibt's Tote. Deswegen bin ich bei der Einwanderung für die Frauenquote. Gerade in Bitterfeld, in Dessau, in Bautzen und in Plauen. Frauen sind mehr als alles andere junge, lebensfrohe Frauen. Die freuen sich, wenn die kommen, die von denen sind geflüchtet. Ne neue Herrenrasse wird da gerade wirklich nicht gezüchtet. Ich sag euch, würde hier ne halbe Million mehr Latinas leben. Ich werde bereit, ein bisschen was von meinem Wohlstand abzugeben. lebend, lebend, ver democratic harten, La-la-la-la-tina!